Guten Tag, also heute ist was passiert. Wir haben einen Anruf, einen anonymen Anruf bekommen. Allerdings war das Anonyme nicht schlimm, sondern es hat gestern jemand anonym einen hohen Betrag gespendet und den sollten wir für einen guten Zweck nehmen. Ja, unser Zweck ist vielleicht schon gut, hat er auf jeden Fall gesagt. Es war eine Sie gesagt, aber jetzt haben wir die ganze Zeit überlegt, ob das nicht der beste Zweck wäre, wenn wir dieses Geld, ja Leuten, die nicht so viel Geld haben, zukommen ließen oder ob wir das Geld einfach verlosen oder ob wir einen Schulplatz verlosen. Alles solche Dinge, die gehen uns hier durch den Kopf und deswegen möchten wir, dass ihr Zuseher hier auf diesem Kanal, weil mit Mathe und Physik hat es kaum was zu tun, mal drüben auf dem Hauptkanal der Soliden Schule nachguckt. Ich verlinke das alles entsprechend in der Videobeschreibung bzw. jetzt müssten zum Schluss auch die Einblendungen kommen. Da ist dieses Hauptvideo und da können wir dann diskutieren, was machen wir mit dem Geld und da brauchen wir eure Vorschläge, eure Hilfe also. Dann danke jetzt schon mal fürs Angucken drüben und für eure Hilfe, weil es ist wirklich wichtig, es soll ja was Vernünftiges passieren. Bis dann, ich freue mich auf zahlreiche Kommentare. Also hier geht es nicht, sondern im anderen Kanal, im anderen Video. Bis dann, tschüss. Und hier, tschüss. Bis dann, tschüss. Und dann geht's, bis dann.